Nimm ich jetzt Rauch schnell, dann nehm ich auch noch die AEK mit ein bisschen kürzere Lissanz. Ich kann auch zwei Rauch nehmen. Okay, ne, passt schon. Ja, kann auch zwei, passt. Okay, die ist gerade vor uns. Dann würde ich sagen, ich gehe rechts lang. Boah, Team-Maps muss ich mal wieder mit links spielen. Ja, dann mit mir gehst du links, oder was? Ich? Ja. Ja, ihr beide geht beide links und ich und Funtour gehen rechts. Okay. Ihr kennt mich auch ganz gut, ihr seid ja abgesprochen. Panto, ja. Ich bin hinter dir. Wie weit willst du vorrennen? Bist du der Mauer hier. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Geh mal gedruckt, dann bist du leiser. Das habe ich schnell rausgefunden. Bei mir lagts, glaube ich, ein kleines bisschen. Hast du da wen gehört? Ich muss meinen Spießhund laut drehen, glaube ich. Da war einer. Da war einer. Komm, 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 komm. Hab ihn. Da ist einer rechts. Alter, fällig das mal. Warte, ich. Kommt noch. Oben drin ist der, ne? Kenntest du? Nein, ich nicht. Ja. Die Außenbank hat gerade einer. Ja, hier. Ich wusste es. Weil Team-Kill ist ja... Oh, der ist, ach, der ist einer. Scheiße, ja, der ist oben drauf. Oben, ich komme da nicht hin. Ich komme... Ich bin merkt. Hab ihn. Oh mein Gott. Okay. Jetzt nicht, bisschen verteilen wieder. Ey, was war jetzt mit Team-Kill? Habe ich jetzt einen von euch abgeknallt gerade? Ja, mich eben, aber ist ja egal. Ja, das Team-Kill ist ja auch. Kill-Camp ist ja auch aus. Bist du dir auch bedenken. Ja, ich habe einfach nur reingehalten in alles, was ich gesehen habe. Ich achte das nächste Mal drauf. Die Rätzen einfach blöd drauf. Los, die Rätzen. Die sind wohl alle gereizt bei mir. Bei mir sind es alle. Kommt an, kommt an von hinten. Ah, fuck. Kann nicht wer holen im Haus? Ja. Danke. Gut. Gut so. Erster M-Komm ist weg. Sauber. Die nächste müsste geradeaus... Auch in dem Haus dahinten sein. Da ist einer, da ist einer. Okay, habe ihn. Okay, und dann... Ja, mal gucken, wenn es kommt, dann wieder zwei links, zwei rechts oder so. Also wieder das gleiche. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ich glaube, da, ja. Ich habe auch. Passt auf. Habe ich. Sauber. Noch einer. Noch einer, lol. Was machen die denn da? Ja, da gehe ich schon mal zu meinem Komm-Pushen. Links rum gehe ich. Oh, da ist einer. Achtung. Ja, wenn die alle woanders sind, dann... Da kommen zwei. Okay, warte, ich bin mit... Ich habe... Ich bin gleich beim M-Komm, gell. Okay. Okay, warte. Bin zwei noch. Hier kommt man nicht rein. Ich weiß nicht, wo man hier reinkommt. Ja, wo kommen wir ganz hinten rum, oder nicht? Ja, ganz hinten rum. Geht einer hoch, geht einer hoch. Da ist einer, die spawnt. Oh, zwei, zwei rechts. Die sind schon low. Nein. Hä, wo bin ich denn jetzt, satt? Abgelegt. Ey, ach man, ich bin total beschissen gelaufen. Alter, der ist auch mal da drauf. Ist auch mal da drin. Der ist im Haus. Oh mein Gott, beim M-Komm. Ja, ich habe mich total scheiße verlaufen. Egal. Oben ist einer drin, der bleibt auch. Müsst ihr aufpassen, dass der nicht runterkommt. Ich schau mal, ob ich ihn kriege. Oh, fuck. Von wo? Ich lasse dir jetzt hier. Ich bleib mal beim M-Komm. Alter, da oben, der drin. Zwei Stück. Drei. Alles oben drin gespawnt. Fuck, fuck, fuck. Alter, du kriegst auch keinen, weil auf einmal der Typ daneben dir liegt und du nicht da vorbeikannst. Das Spiel, ey. Sorry. Nee, aber dass das Spiel nicht erlaubt, daneben zu gehen, ist schwarz. Warte, ich spawn mal die eine Sekunde. Haben wir jetzt entschärft? Ja, komm. Ja, man entschärft, ja. Egal. War meine Schuld. Nochmal und dann. Oh nein. Nein, hat er in den Glack mit deinem Aknum. Scheiße. Phantom, eigentlich. Was? Hab ich schon wieder wen gekillt? Wer kommt hier rein? Der kommt hier rein. Der kommt hier. Down. Alter. Hab ich? Oh mein Gott. Fuck. Ja. Bisschen verteilen nach draußen. Jetzt machen wir das aber. Jetzt bleiben wir hier unten. Ja, ja, komm. Hier hat gerade jemand einen Nade geschmissen. Noch einen Nade. Ich bin mir alle zwei Granaten. Das ist ganz praktisch. Halt, das ist nicht zu fassen. Ah, die kommen alle, alle da. Alle. Ah, fuck. Warte, zwei Sekunden, warte. Okay. Danke. Auch nicht mal bei dir. Ah, shit. Achtung. Hallo. Boah, hier hab ich ihn. Alter. Wo kam der denn her? So, läuft. Sehr schön. Läuft doch. Nice. Ja. Boah, das war schon mal nice. Kleine Startschwierigkeiten, oder kleine Zwischenschwierigkeiten, aber sehr schön. Ich glaube, von meinen ganzen Kills waren ungefähr so, keine Ahnung, circa sechs Teamkills. Ja, ja, jetzt kommen wahrscheinlich Banda, oder? Ne, doch, Armored Shield. Armored Shield, okay. Rüst dich jetzt erstmal kurz rum, jetzt brauchen wir ja keinen Rauch. Spaß, zwölf. Ach, ey, warum nicht eigentlich? Jetzt ohne Scheiß, die nehme ich jetzt mit. Okay, ich... Jetzt wollen wir bei Psycho wieder. Ja. 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 So sieht das aus. Ich würde sagen, nicht zu weit vorpushen, irgendwie. Ne. Ja. Lass du hier ungefähr bleiben, so, hier so. Ich werde mich jetzt hier seitlich in das Haus reinsetzen, und dann rauskommen, wenn da einer lebt. Und ich bin hier hinter der Räume, denn dann passt das schon. Kommen wir alle außen lang. Top 1, sauber. Hier außen. Hier, okay. Ja, hier. Oh, oh, ich hab's gehört, man. Habt ihr in die Map, hab ich gar nicht gesehen. Boah, Alter, die kommen zu dritt. Fluffy. Die kommen zu dritt. Ja, das spawnen erstmal lieber. Sind die noch dort? Das sind keine casual Public Noobs. Affe. Ah. Zwei hab ich. Nicht laut zwölf. Okay. Oh, fuck. Wo kam der her? Ja, den dritten hätt ich auch holen können, aber. Ja, ist doch trotzdem alles okay. Lass jetzt dringend mal den Spielsorin laut machen. Hab den auch nicht allzu laut, aber es reicht. Ich schau dann wieder links. Ja, meiner ist einfach komplett leise. Links kommen sie wieder. Alle. Ich geh mit der Daumen mal hier. Oh mein Gott, ich war zwölf. Mann, scheiße. Oh, links. Wieder zwei, drei Stück. Ja. Oh mein Gott. Mann, scheiße. Na, so schlecht. LoL. Ich hab grad grad nen Colat gemacht. Im Squadwash. Oh, fuck. Hab ich grad wie nachgegangen geschaffen. LoL, Alter, alle geholt, Jim. Alles einmal durch. Auf einen. Du spielst da, Mann. Ja, natürlich. Ja, alles erlaubt. Ich hab ja auch ne Spaß zwölf dabei. Ich glaub ich, dass das low ist oder nicht. Es ist ja fast alles erlaubt, weil sowas auch im ESL regeln. Das ist, glaub ich, M3-20, sowas verboten im Marv. Aber Shotguns sind alle da. Mit jeder Munition. Ja, bei Squadrush ist ESL alles erlaubt, aber nicht in Versus. Die kommen bisschen rechts rum. Oh, nee. Ist nichts drin. Oh, und einer kommt links rum. Die sind alle aber grad aus. Oh, Gott. Der müsste schon längst down sein. Ah, kann mich einer holen? Achtung, links ist einer. Ja, hab ihn. Die Musik geht schon leise los, oder? Ja, mit der Spaß. Ich geh jetzt mal ganz nah ran und kümpte da ein bisschen den Spawn. Ich mein, ich hieße das jetzt so ein. GCF. Ja, super. Ja, klar, wir sind da schon ganz vorne. Ja, was? Ja, man soll tragen. Was ist das denn? Achso. Ja. Oh. Jetzt hab ich keine Kuppeln mehr. 8,70. Mein Gott. Na, wo ist er? Geh in das Haus, direkt vor uns. Einer kommt nur über die Straße. Hab ich. Oh, verdammt. Ja, auf dem Haus? Haus, ja. Achtung, die kommen von der rechten Seite. Ja, ich hab dir. Ich hab nämlich nur noch meine... Kurzen Out 12 hier und weg ist 8. Ach, das ist geil. Ach, ne. Nein, einer noch. Oh, fuck, einer mehr, einer mehr. Ja, ist ja schön. Warte, dann komm, ich mach mal. Nein, achte, einer noch. Ich komm mit Maschinen von hinten. Oh, fuck, oh, fuck. Du gehst. Passiert. Kein Ding. Mann, ey, ich bin es nicht gewohnt, man. Das ist lauter Stärkung und zum Schießen. Ja, das wusste ja vorher auch nicht, aber okay. Was war bei dir? Ich bin auch MK3, 1. Ich wusste es. Aber ich hab ihn Hedge her. Hinter uns, hinter uns. Ah, verdammt, da ist noch einer mit der M16. Rechts und links und weiter. Nein, nach Down. Nicht reviven, Leute. Ich bin sofort... Na gut, dann revive mich. Warum nicht? Ja, weil er grad Gegner waren, deshalb. Ja, ja, aber ich... Ja, ich hab den auch weggerottet. Ich glaube, ja. Es war grad fail. Ich wollte grad noch zwei killen, aber... Einfach zu gut. Wollen wir gleich mal die Teams mischen? Ja, vielleicht. Was ist jetzt los? Black Screen, okay. Okay, passt. Black Screen, okay. 고� Untertitelung des ZDF, 2020